Sag mal, Rune, wie jeder weiß, du bist ja Mitglied in deinem Verein, aber auch bei uns bei der Kieler Volksbank. Welche Bedeutung hat so eine Mitgliedschaft für dich eigentlich? Da ich ja mein ganzes Leben schon im Vereinsspiel und immer Teamsport gemacht habe, weiß ich um die Wichtigkeit guter Teampartner und eines guten, funktionierenden Teams sehr genau Bescheid. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man seinem Team vertrauen kann. Das ist bei mir im Verein so, das ist aber auch mit meiner Bank so. Und als Teamträger ist das Schönste natürlich, in einem Team auch die Erfolge zu feiern. Und das kann man auch mit der Bank. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Bank wächst, dann profitiere ich von der Dividende. Außerdem weiß ich auch, dass in der Bank Leute arbeiten, die auch meine Meinung ernst nehmen. Das heißt, ich könnte theoretisch zur Vertreterwahl gehen, ich könnte online abstimmen, was für mich natürlich optimal ist, weil ich sehr viel unterwegs bin. Und alles in einem ist es einfach schön, auch gehört zu werden. Und, bist du zufrieden mit deinen zwei Teams? Ja, auf jeden Fall. Und euer Motto lässt sich wirklich auf meine beiden Teams gut anwenden. Was einer nicht schafft, das schaffen viele. Einmal im selben Team wie Rune Darmke spielen? Bei uns ist das kein Problem. Werden Sie Mitglied und nutzen Sie viele tolle Vorteile. 좋아요 Number 2 3V 3V ?